Was bringt ein Wasserfall? 1. Natürliche Schönheit Ein Wasserfall kann eine natürliche Schönheit sein und eine erstaunliche Landschaft schaffen. Viele Menschen besuchen Wasserfälle als Touristenattraktionen, um die Schönheit und den Reiz der Natur zu erleben. 2. Energieerzeugung Ein Wasserfall kann auch zur Energieerzeugung genutzt werden. Das Wasser, das durch den Wasserfall fließt, kann Turbinen antreiben und Elektrizität erzeugen. 3. Wasserversorgung Ein Wasserfall kann auch als Wasserquelle dienen, insbesondere in Gebieten, in denen es an fließendem Wasser mangelt. Das Wasser kann für die Bewässerung von Pflanzen oder für den menschlichen Verbrauch genutzt werden. 4. Luftbefeuchtung Ein Wasserfall kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und dadurch das Klima in der Umgebung verbessern. Dies kann dazu beitragen, dass Pflanzen wachsen und gedeihen, insbesondere in ariden Gebieten. 5. Negative Ionen Wasserfälle können negative Ionen erzeugen, die positiv auf die Stimmung und das Wohlbefinden von Menschen wirken können. Negative Ionen können auch dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern und allergische Reaktionen zu reduzieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.